Eltern sind die ersten Ansprechpartner ihrer Kinder, wenn es um die Nutzung digitaler Medien geht. Mit unserem neuen Internetguide für Eltern wollen wir sie dabei noch besser unterstützen. Wir bieten darin Informationen über die sichere und altersgerechte Nutzung von Websites und Apps und wir geben Anregungen für den technischen Jugendschutz. Gemeinsam mit unseren Partnern versuchen wir die alltäglichen Fragen zu beantworten, die sich den Eltern bei der Medienerziehung ihrer Kinder zu Hause stellen. Der neue Internetguide für Eltern bietet einen einfachen Zugang zu Informationen. Mit einem interaktiven Fragebogen, zahlreichen Videos und Informationen in leicht verständlicher Sprache bieten wir auch denjenigen Eltern Unterstützung an, die wir bisher noch nicht so gut erreicht haben.